Am 5. September waren in Portugal eine Million Menschen auf der Straße. So viele waren es, zuletzt in der Revolution von 1974. Auch bei uns hier vor Köln wollten viele Kollegen heute gerne etwas machen, wollten streiten. Ja, Million Kapital! Ja, Million Kapital! Wir sind in Spießbarn und Rett! DÖ-Gesang! Nee. Na ja. Der Schäuble Unser Finanzdiktator, der will den Häusler zwangsbeleid. Schulden von Staat und Banken, die sollst du bezahlen. Der ISM macht dich bereit. Wir von der Andalusischen Gewerkschaft der Arbeiter und Arbeiterinnen senden euch eine Bootsbotschaft. Niemals zuvor hat es einen in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig stattfindenden internationalen Kampf gegeben. Heute sind wir in den südlichen Gebieten Europas diejenigen, die am meisten von der Krise und der Austeritätspolitik gebeutelt werden und die gleichzeitig zurückschlagen. Doch morgen müssen wir alle zusammenstehen, denn vor unserem Horizont soll der europäische Generalstreik stattfinden, um der Troika entgegenzutreten, dem internationalen Kapital, den Spekulanten und der ganzen herrschenden Klasse. Hope you buy it alone, trägt heute Schwarz. Schwarz als Zeichen der Trauer über die Untätigkeit. Es ist die GB beim ersten europäischen Generalstreit in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Wir haben Leuchten für den Niedergang dieser Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten. und der Demokratie. Wir wollen die Straße räumen! Drucker, Butler, Schachter, Schachter, Politessen Volle Blümmern, Feiern, Flöten, Fummeln, Fressen Fett, Absanker, Spargel, Stecher, Professorin und die Schachter, 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 Schachter Untertitelung des ZDF für funk, 2017